Professor Senkall, wir möchten in einer schnellen Fragerunde kurz und knackig über Adipositas informieren. Was ist Adipositas? Adipositas ist die Ansammlung von überflüssigem, vermehrtem Fettgewebe im Körper. Und zwar überall im Körper, insbesondere im Bereich des Bauchraumes. Dann spricht man auch von viszeralem Fettgewebe. Adipositas unterteilt man nach dem Body Mass Index. Der Body Mass Index ist die Körpergröße geteilt durch Körperoberfläche, also der Quotient aus diesen beiden Größen. Und bis zu einem BMI von 25 sprechen wir von einem Normalgewicht. Zwischen 25 und 30 sprechen wir von Übergewicht. Und bei einem Body Mass Index über 30 Kilogramm pro Meter Körperoberfläche sprechen wir von Adipositas. Und man unterteilt Adipositas in Grad 1 bis 35, Grad 2 bis einem BMI von 40 und über 40 sprechen wir von einer Adipositas Grad 3. Und bei einem BMI von 50. Im Bereich des BMI. Und bei einem BMI. Und bei einem BMI. Und bei einem BMI. Im Bereich des BMI. Vielen Dank.